Was ist das Thema Amplifamien? Heroin ist kein Thema mehr, Cannabis muss legalisiert werden und die Augen vor den großen aufkommenden Problemen verschließen, müssen wir schon jetzt, händelnd, drehend anfangen, diese Felder zu besetzen und dazu nicht ganz zählen. Okay, also, wenn Sie meine Worte so verstanden haben, ich würde mich nur fokussieren auf Cannabis, es ist Missverständlich rübergekommen. Ich rede ja immer in dieser Allgemeinheit von den Substanzen, die dem Regelungsregime des Betäubungsmittelgesetzes unterliegen. Stimme Ihnen zu, man könnte das auch über Sicherstellungsmengen nachweisen, dass mittlerweile die zweitwichtigste Substanz rein nach der Menge nach Cannabis, Meta-Amphetamine sind. Aber diese Problematik ist zumindest aus der Sicht meiner Behörden, die sozusagen Alltagsproblem der polizeilichen Aufgaben waren. Deshalb vielleicht ein bisschen die Fokussierung auf die anderen Substanzen, aber ich stimme Ihnen zu. Das ist ein Wachstumsmarkt, da wird unglaublich viel zusammengebraut, in unglaublich vielen kleinen Klitschen, glaube ich in erster Linie im Moment in den osteuropäischen Ländern. Es gibt einen Markt, an dem es bisher an jeglicher Übersicht über die Substanzen, die dort drin sind, fehlt. Ich glaube, der Gesetzgeber, der Bundesgesetzgeber kommt gar nicht nach, in den Wirkstoffkatalog des Betäubungsmittelgesetzes immer die Substanzen nachzuvollziehen, die gerade aktuell am Markt sind. Aber es gilt im Grundsatz auch für diese Geschichte, dass ein Großteil der Probleme darauf beruht, dass wir es mit illegalen und kriminellen Märkten zu tun haben. Und dass wir sehr viel besser steuernd eingreifen könnten, wenn das mit der staatlichen Kontrolle passieren könnte. Deshalb unterscheidet sich in diesen Grundeinnahmen auch der Bereich der Weta-Amphetamine nicht von den anderen Weta-Amphetaminen. Weta-Amphetamine nicht von den anderen Weta-Amphetaminen